Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Kopenrad und Wiese Cafeteria Fein und Sanich 3,49 Euro. Milka Tafel Schokolade 69 Cent. Melitta Auslese Gemahlen 3,99 Euro. Zwei Stück Mini Romana 99 Cent. Ein Kilogramm Chinakohl 1,59 Euro. 750 Gramm Rosenkohl 1,59 Euro. 450 Gramm Dattel Cherry Tomaten 1,99 Euro. 250 Gramm Erdbeeren 1,59 Euro. Zwei Kilogramm Jonagold 2,59 Euro. Ein Kilogramm Birnen 1,59 Euro. Ein Stück Mango vorgereift 1,69 Euro. Ein Kilogramm Nordzucker Sweet Family Feiner Zucker 1,34 Euro. 500 Gramm Hackfleisch Gemischt 3,41 Euro. Haferflocken Kernig oder Zart 73 Cent. Zehn Rollen Samelle Toilettenpapier 3,23 Euro. 500 Gramm Schweinegeschnetzeltes Hüttenschmaus 4,99 Euro. 700 Gramm Schweineschnitzel 5,55 Euro. 250 Gramm Greifenfleisch Wild Salami 3,49 Euro. Klivia oder Color 5,99 Euro. Großer Rosenstrauß 9,99 Euro. Großer Rosenstiel 2,49 Euro. Gemischter Strauß Bund 7,99 Euro. Cycleman Lovely Moments 2,99 Euro. Midi Hortensie 4,29 Euro. Tulpen 7 Stiele in einem Bund 1,69 Euro. Orchidee Frauenschuh 11,99 Euro. Sarotti Magische Momente 3,49 Euro. La Petite Cheesecake Herztorte 5,99 Euro. Dr. Oetker Pudding Pulver Vanille 79 Cent. Käfer Bellini Pfirsich 2,99 Euro. La Campagna Pasta Soße 1,29 Euro. Parmigiano Reggiano 3,79 Euro. Lasagne Bolognese 3,33 Euro. Millram Pizza Liebe Reibekäse 1,79 Euro. 3 Stück Möwe Suppennudeln 1,78 Euro. 3 Stück Riesa Hartweizenudeln 3,18 Euro. 3 Stück Zettie Edelbittertafeln 2,38 Euro. 3 Stück Kinderschokolade 2,78 Euro. 3 Maximilian Buletten 5,98 Euro. 3 Dr. Oetker Creme Fresh 2,58 Euro. 3 Stück Walter Pops Meistersalate 5,38 Euro. 3 Stück Tassimo Kaffeekapseln 11,58 Euro. 3 Stück Bergader Bergbauernkäse in Scheiben 1,79 Euro. Wiesenhof Hähnchen Grillbraten 1,49 Euro. Eberswalder Geflügel Jagdwurst 4,44 Euro. Käse Lehmann Leipziger Käsesalat 1,79 Euro. Hemmemilch Schokopudding 75 Cent. 1 Kilogramm frier Joghurt 1,99 Euro. Kinder Paradiso 4 Erpack 1,79 Euro. Lämmerz Balena, Coco Fleur oder Divina 1,49 Euro. Verporten Eierlikör Herzflasche 4,49 Euro. Wildtiner Gebirgskräuter 5,49 Euro. Johnny Walker Red Label 9,99 Euro. Zubrovka Biala Vodka 7,99 Euro. Original Wagner Steinofen Piccolinis Salami 1,99 Euro. Navito Heringsfilets 2,19 Euro. Radeberger Würstchen Snack 2,22 Euro. Kartoffelmanufaktur Parmeier Reibekuchen 1,99 Euro. Pampers Baby 3 Windeln 17,99 Euro. Lenor Waschmittel 17,99 Euro. Palmolive Flüssigseife im Zweierpack 2,69 Euro. Pedigree Hundenassnahrung 1,99 Euro. Kinderüberraschungsein 69 Cent. Kinder Happy Hippo 1,59 Euro. Choco Crossies oder Chocolateschips 1,49 Euro. Lämmerz Erdnussberge 1,99 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Z Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.